hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem kleinen youtube kanal zu einem neuen video abseits der üblichen update videos und ihr seht es hier schon ich habe es auch schon mal angekündigt am ersten september erscheint die neue lego minifiguren serie mit figuren zu den marvel studios beziehungsweise zu 3 r 4 disney plus serien nämlich eben wandervision falkens winter soldier loki und die gerade noch laufende serie what if und dazu gibt eine neue serie mit zwölf minifiguren erscheint offiziell am ersten september ist hier und da schon im laden zu finden ich habe diese zehn päckchen bekommen über einen kontakt im internet sind heute glücklicherweise angekommen ich dachte wir packen die heute einfach mal zusammen alle aus mal schauen was wir finden was wir bekommen und schauen wir auch mal wir können überlegen was wir damit vielleicht hier in der lego stadt damit machen können denn ich denke die eine oder andere figur lässt sich sicherlich mit ein bisschen einer kleinen geschichte irgendwo mit in die stadt einbauen ich glaube das wären ganz nette geschichten und ich sagen ich mache gleich noch mal einen cut denn ich habe meine schere vergessen zum aufmachen der pakete und dann geht es gleich los hier mit dem auspacken ich bin gespannt so die schere ist da ich komme jetzt erst mal alle päckchen zur seite damit wird einfach ordentlich nach und nach aufmachen können pass auf dass hier oben nichts reinrutscht denn die eine andere figur hat ja ein cape und das wollen wir natürlich nicht durchschneiden ich hoffe ich mache es auch nicht schauen wir mal hier rein und der farbe nach würde ich sagen dass das ist als tanus so sieht es auch aus wir machen nicht meinen kleinen beipack zettel hier auf einmal zu schauen was es eigentlich noch alles gibt schauen wir mal so hier sehen wir alle figuren die es gibt zwölf stück an der zahl hier oben haben wir wander und white vision und monica rambeau aus eben der wander vision serie hier haben wir bucky alias winter soldier und hier haben wir noch sam als eigentlich falcon dann er captain america aus der falcon winter soldier serie hier haben wir loki und sylvie die weibliche loki variante aus eben der loki serie und hier unten haben wir fünf figuren aus der wort ist serie wobei wir davon erst hier captain brüssel also in der ersten folge gesehen haben und t'challa als star-lord in glaube ich der zweiten folge und hier haben wir noch spider-man in vampire jäger spider-man denn der mischung ein bisschen ist aus doctor strange und spider-man den zombie cap america und hier eben gemauro als tanus die figuren haben wir noch nicht in der serie gesehen hier hinten noch ein bisschen anbauanleitung und wir schauen jetzt einfach mal wir zusammen kriegen was auch sehr schön ist dass jetzt bei jeder figur da sind noch ein paar teile in der tüte merke ich gerade haben jetzt wieder diesen kleinen jumper mit diesem transparenten teil mit dem man eben die figuren ein bisschen in pause bringen kann und immer hat hier dieses schwert dabei dass auch tanus in endgame hat dazu noch ein ersatzteil von diesem goldenen eigentlich ist es ja ein lichtschwert griff und auch hier gemauer hat zwei verschiedene köpfe wir machen mit den hier da ist ein bisschen sauber würde ich sagen und das haar teil ist auch ganz besonders hat diese lilanen strähnen drin und da können wir jetzt mal die waffe dran machen stellen wir sie jetzt einfach mal ganz normal hier drauf und unsere erste figur ist damit gemauer als tanus mal schauen ob wir damit irgendwas machen können die figur ist auf jeden fall sehr sehr hübsch ist bedruckt die beine sind bedruckt die arme sind auch sehr schön bedruckt also da kann man sich auf jeden fall nicht beschweren würde ich sagen ich lege mal alles darüber was jetzt gerade nicht brauchen dass wir ein bisschen ordnung behalten und wir machen jetzt mal die nächste tüte gleich auf ich bin gespannt ob wir tatsächlich das wäre natürlich eine sache zehn verschiedene figuren kriegen wir hatten ja bisher immer recht viel glück ist in blind bags ist wohl nicht überprüft was drin ist aber wenn ich das hier rein schaue sehen wir schon nichts grünes das heißt das ist nicht gemauer was ich glaube es ist monika rambeau aus der wanderwischen serie und da habe ich auch recht da haben wir noch dieses kleine rote flugzeug diese drohne ist es ja in der serie dabei die wird hier aus wenigen steinen zusammengebaut ich schaue mal wie genau da ist ja die anleitung hier drüben noch das hat so eine kleine kleine drohne spielt eine rolle auch in der serie falls ihr sie gesehen habt grundsätzlich muss ich mir jetzt einfach mal sagen dass das ganze hier jetzt mit spoilern behaftet sein wird hier noch sehr viele extra teile drin muss ich sagen was aber auch bei monik rambo sehr sehr schön es ist jetzt mal kurz zusammen als erstes hat sie ja hier ihren anzug an wie in der serie mit eben dem sort symbol auch hinten bedruckt die beine jetzt nicht aber auch hier zwei verschiedene gesichter und das haar teil ist wirklich grandios ich weiß nicht ob es neu ist könnte durchaus sein aber damit lässt sich bestimmt auch was tolles in der stadt machen damit zwei figuren keine doppelten schauen wir mal was in der nächsten tüte kann ich schiebe erst mal wieder alles runter damit man nicht aussehen irgendwelche tapes oder dergleichen zerschneiden und wir schauen hier rein neue figur das ist auf jeden fall wander oder scarlet witch die sie in wirklich inzwischen möglich geworden ist hier noch mal extra eingepackt das ist unpraktisch müssen mich dann der kopf weggerollt ich mache mal ganz kurz einen cut moment so hier bin ich zurück mit dem kopf ich habe ihn relativ schnell gefunden wir sehen hier einmal normal einmal mit den roten augen das finde ich auch sehr hübsch auch hier im dual mold also die arme sind sehr schön bedruckt die beine sind auch bedruckt und wir haben jetzt natürlich das cape vergessen das ist aus stoff das ist natürlich auch die allererste lego figur die im neuen design der figur ist also wirklich dieses mögliche scarlet witch design auch mit der mit dem neuen haarteil und da haben wir dann noch hier diese roten energie effekte die wir hier dran machen können die eben ihre chaos magie zeigen ich muss sagen wander ist eine der figuren die ich am besten diese serie finde liegt auch daran dass ich wander als eine meiner favoriten charaktere in dem ganzen mcu ansehen und ich bin sehr froh dass wir auch wander bekommen haben das herrscht doch ganz gut aus schauen wir mal was in der nächsten tüte drin ist und ich glaube wir bleiben bei der wanderwischen serie und haben hier weit wischen drin also momentan sieht es mal wieder sehr sehr gut aus interessanterweise sind hier zum beispiel nur ein von diesem durchsichtigen jumper dingen dran bei bei anderen zwei also ich weiß nicht nach welchem system das hier funktioniert wir haben hier so einen kleinen laptop dabei bisschen futuristisch sieht ganz nett aus kann bestimmt auch irgendwo gebrauchen und dann haben wir hier noch weit wischen weil ich mal schauen wo habe ich in die tüte jetzt sind mir fehlt hier nämlich noch der umhang dennoch in der tüte drin also besser zweimal in die tüte schauen dann verliert man auch nicht seinen umhang so bei der weit wischen figur muss man sagen dass diese an sich gut aussieht aber sie entspricht weniger dem original aus der serie in der serie ist jetzt zum beispiel sehr viel weißer gestaltet und der stein oben ist auch obwohl der gedankenstein theoretisch wäre ist in blau gehalten das liegt daran dass die figuren hier schon design wurden bevor die final designs für die serien feststanden und auf alten konzept zeichnungen sieht weit wischen noch eher so aus wie diese figur aber nichtsdestotrotz sieht die wirklich gut aus also vier packungen vier figuren also sieht ganz gut aus schauen wir mal was wir hier drin finden und das ist eine weitere figur ich hatte erst angst das wäre jetzt schon wieder gemauern aber weil ich in den grünen vor frosch gesehen habe aber es ist loki aus der loki serie in seinem hier trenchcode auch hier wieder hinsicht bei ryan drauf wie in der serie vorne hier sehen wir noch das tv zeichen auf seiner brust auf der schnalle und haare dazu dazu noch diesen schönen kaffeebecher mit dem tv logo und dazu gibt es dann noch diesen kleinen torfrog der nur relativ kleinen auftritt in der serie hatte in comics kommt er ja doch noch ein bisschen mehr vor als sich jemand damit auskennt ich mache jetzt auch mal das geht gar nicht auf jeden fall haben wir fünf tüten fünf figuren also es läuft gut ich bin mal gespannt was hier drin ist alles ein bisschen runter alter menge der teile nach ziemlich gefüllt würde ich jetzt fast darauf tippen dass hier sam drin ist als neuer captain america weil die tüte ist sehr sehr prall gefüllt aber nein es ist eine weitere figur aus der loki serie und zwar silvie die ja eigentlich technisch gesehen auch loki ist sie ist eine weibliche variante von loki spielt eine große rolle in der serie und sogar mit zwei schwerter einerseits schwert lege ich alles mal zur seite und dazu haben wir hier noch dieses krokodil ist jetzt eigentlich die eine weitere loki variante ist in der serie hat die eigentlich noch eine krone auf hier als figur leider nicht ich weiß nicht woran es liegt führt auch dazu dass man dieses krokodil gut auch irgendwo in der stadt einbauen kann ohne die krone und ich zeige euch mal hier das ist der print hinten auch sehr schön auch die arme bedruckt und natürlich auch hier wieder zwei verschiedene gesichtsausdrücke dazu die haare eben hier haben wir die loki krone mit aber abgebrochenen element wie auch in der serie und dazu haben wir wie gesagt dieses kleine krokodil dass er auch eine loki variante ist das sechs tüten sechs figuren also läuft muss ich sagen bin ich mal gespannt ob wir das noch weiter durchbruch doch doppelte bekommen wie gesagt die waren angeschnitten ja wenn wir einen weiteren weit wischen ich baue ich jetzt aber auch noch mal auf so das leben wir darüber im baum noch den zweiten laptop zusammen hier ist noch platte die ich gesucht habe und den laptop bauen wir auch noch zusammen da fällt mir gerade ein dass wir vom letzten figuren auspacken immer noch nicht ausgelost haben werden jetzt eigentlich was war das er den benji gewonnen hat das machen wir auf jeden fall denke ich heute noch in diesem video das machen wir auf jeden fall noch das mache ich dann später noch im anschluss wenn ich alles ausgepackt ist dann machen wir das so dann nehmen wir die nächste tüte ich muss echt mal aufpassen dass ich hier oben wirklich alles nach unten schieben kann ich mache jetzt mal nur einen schnitt und dann reißen wir den rest einfach mal auf schauen was wir da drin haben das sieht mir aus als ja das ist der spider man also der vampirejäger spider man der gefällt mir auf jeden fall auch sehr gut da ist natürlich noch was besonderes dabei denn erstens habe ich hier tausend stück einzelne elemente aber hier haben wir tatsächlich zwei köpfe drin nämlich einmal als bei der man und dann noch mal als peter parker und dafür passend auch noch die haare falls wir den peter haben möchten dann sieht das ganze so aus finde ich wirklich sehr nett dass man daran gedacht hat aber wir bauen jetzt erst mal richtig als bei der man zusammen beziehungsweise als es ist ja so eine mischung aus doktor strange und spider man das untere cape drauf bauen dann müssen wir da oben drauf das obere cape drauf kriegen ist alles nicht ganz einfach muss ich mal sagen da doch einiges an stoff zusammenkommt der in alle richtungen abhauen möchte das versuchen wir hier ganz schnell den kopf drauf zu machen so und hier sieht man auch sehr schön auch hinten bedruckt das muss man bis nach oben klappen das gehört ja nach oben so auch die arme jetzt eigentlich auch die arme sind bedruckt die beine sind rundum bedruckt und selbst hinten wo man es trotz des capes nicht sieht ist alles bedruckt dazu wie gesagt der ersatz kopf und noch dieses seil also eben ein spinnen der letzten spinnen als spinnenfaden darstellen soll natürlich den werde ich aber wahrscheinlich die nutze ich wollte mir noch einkaufen um endlich unseren spider mit unter die brücke zu bauen da können wir das gleich benutzen denke ich dann muss ich mich nicht extra noch einen besorgen den kopf man sieht ein bisschen creepy aus aber den kopf machen auch mal da unten hin und das seil lege ich mal zur seite das schmeißen wir runter und jetzt bin ich gespannt ob wir jetzt noch mehr doppelte kriegen oder tatsächlich noch zwei neue figuren aber wer hier drin ist noch mal gemacht dann bauen wir die doch mal zusammen aber man kann immer noch zufrieden sein denn es sind ja einfach tolle figuren überlegen ob wir die verlosen oder nicht das kommt auch an was ich damit vorhabe und dann schauen wir noch in die letzte tüte und da ist leider noch mal ein weit wischen drin teilweise die inneren tüten an die äußeren tüten angeschweißt natürlich auch ein bisschen nervig ist den baum jetzt noch schnell zusammen und dann haben wir eine weit wischen invasion in der stadt vielleicht so ich habe das cape schon wieder vergessen so unser nächster weit wischen ist fertig das war noch den laptop den es dazu gibt zusammen und dann waren das unsere zehn tüten wir können noch mal schauen wir haben drei weit wischen kann man ja wahrscheinlich nie genug haben sagen wir mal so dann haben wir zwei gemauers als tarnos ja mal die einzelne hier dann haben wir sylvie mit hier dem kroko loki dann haben wir wandern wischen wandern natürlich beziehungsweise scarlet witch dann unseren spider-man der eine mischung ist aus beidem und dr strange dann haben wir monica rambo als mir fällt der name gerade nicht ein photon müsste es sein und loki mit tor dem torfrosch also haben wir tatsächlich 1 2 6 7 aus 10 dafür dass es irgendwie sagt blind facts waren ist es gar nicht so schlecht und ich würde sagen wir machen jetzt erst mal kurz einen cut ich los jetzt kurz aus wer eigentlich den banschi gewonnen hat und dann schauen wir hier gleich noch mal kurz zurück so ihr kennt das spiel ja schon wir haben hier den youtube random comment picker ich habe hier die url des videos eingegeben ich muss nicht einmal entschuldigen es ist ja lange her das ist jetzt schon ungefähr ein monat her als wir es gemacht haben ich habe es einfach immer wieder vergessen beziehungsweise von mir her geschoben wollte in einem anderen video machen muss dann besser gepasst hätte aber heute passt auf jeden fall gut wir verlosen jetzt die figur und zwar die den banschi ich habe jetzt einfach schon mal hier eingegeben den hashtag den eingeben muss er nämlich dieses will haben und wir haben 22 leute die ihn haben wollten und wir machen jetzt hier live den startknopf und schauen wer gewonnen hat so gewonnen hat frisens die cast collection mit folgendem kommentar herzlichen glückwunsch für die extrem sehr gute ausbeute bei den videofiguren ich habe mir mehrere blind pack schon gekauft und nie die banschi bekommen obwohl ich diese figur für meine hidden side mods brauche ich habe so viele andere figuren doppelt und dreifach an diversen nachbars kinder verschenkt auch händler auferieren explizit diesen banschi auf amazon haben mir dann aber ein blind pack geschickt wenn lego die videofiguren nicht in blind packs verkaufen würde für fünf euro käme kein frust auf dem film mehr würden sich kaufen die beatboxen und videos setzen über teuer die gibt es auch noch nach weihnachten bei 50 prozent wie hidden side ich finde es schade dass lego video mit musiklizenz und app verkauft die figuren sind schon so großartig wenn aber sehr viele bei hidden side wegen der app waren die großartigen selbst zu teuer ja darüber haben wir auch schon einige zeit gesprochen aber jetzt hast du einen banschi gewonnen ganz einfach schreib mir bitte eine e mail an die e mail adresse die im impressum steht hier bei youtube und dann besprechen wir wie wir dir deine figur zu schicken und ich würde sagen wir gehen gleich noch mal zurück zu den marvel figuren und dann gibt es da auch gleich noch was zu gewinnen für euch so ich habe mir die ganze sache noch mal durch den kopf gehen lassen ich würde sagen wir verlosen tatsächlich einfach alle drei doppelten und zwar machen wir es wie immer nur ein bisschen abgewandelt ihr schreibt wieder mit dem hashtag will haben ich blende gleich unten noch mal ein und dann schreibt ihr mir erstens welche figur ihr haben wollt wir haben zwei weit wischens eine gemara entscheidet euch bitte für eine figur und schreibt mir auch warum ihr diese figur haben wollt bzw was sie damit machen wollt und dann werden wir hoffentlich in absehbarer zeit und nicht wieder erst nach einem monat auslosen und dann würde ich sagen das war es für heute mit dem video ich bin mit der ausbeute eigentlich sehr zufrieden damit können wir auf jeden fall einiges machen schreibt mir auch gerne kommentare was wir mit den figuren vielleicht in der stadt machen können und ansonsten würde ich sagen morgen gibt es vielleicht wieder noch ein update video und wir werden vielleicht demnächst noch mal marvel figuren auspacken oder andere minifiguren schauen wir einfach mal und dann war's das wie gesagt für heute vielen vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal bleibt gesund und das nächste mal geht es dann hier in der stadt sicherlich mit dem bauen weiter tschüss